Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play von Killzone Shadowfall, mein Name ist Sascha und ihr habt, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, hoffe ich natürlich, wisst ihr, dass wir diese, diese, diesen Halb-Loot da, diese Halb-Vektanerin, Halb, ähm, Halb, ähm, was ist denn da noch, Halb-Helgast-Agentin suchen müssen mit der Doktorin. , dass wir die, äh, fangen müssen, weil die mit der Doktorin abgeraden ist, die nicht geraden sind. Sie muss alle Rettungskapseln gestartet haben. Verstanden. Ich suche mir einen anderen Weg. Aber bringt jemand in Position? Wir haben den Weg um durchhalten. Äh. Ja. Was passiert hier? Äh. Ähm. Oh. Äh. Schätzungsweise mehr als die Hälfte. Bringt sie weg. Los. Ihr werdet alle sterben. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt nach Hause schwimmen oder was? Äh. Ah. Ja. Das ist der Tag. Überlebender. Er ist es. Lebenszeichen schwach. Ich gehe raus. Danke dir. Weck der Start. Schon schön aus. Verstanden. Zero 37. Landerlaubnis erteilt. Landungstief steht bereit. Ende. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese, diese, äh, Agenten, dass wir die noch öfter sehen werden. Vielleicht zum Guten, vielleicht zum Schlechsten. Aber irgendwie... Aber irgendwie... Ah, sieht schon toll aus. Schön, Sie wieder ein Wecker zu sehen, Sir. Ich bringe Sie durch die Security. Hier nach. Man erwartet Sie oben. Heute ist ganz schön was los hier. Mehr als sonst. Sie holen Einheiten von überall her. Die Warterei treibt einen in den Wahnsinn. Aber da Sie jetzt hier sind, kann es losgehen. Bitte gehen Sie jetzt alle zur Seite. Ja, mindestens viel lang, Sir. Tut mir leid, eine Formalität. Au. Lukas Callan. Haben wir uns noch gesehen? Okay, gut. Gehen Sie weiter. Okay, ich habe keine Kontrolle mehr über den Stick. Über die Wege. Wow. Wow. Das ist eine Bombe. Sind Sie okay? Man! Man! ja als alt was das denn für ein scheiß doppelagent als einer von diesen taten dingern ja kriegst du schöne messer in die fresse das ehrlich pro wl schnappst du dir das 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 Na komm, alter, der hängt da fest Ach so, ich wundere mich über die ganze Zeit Ganz ehrlich Ich bin gerade so ein bisschen Ich gehe mal kurz Alter, wer ballert denn da so auf mich Mann, das war eine ganze Ach, dieses Ja komm, halt die Fresse, ich gehe eh gleich Wenn ich die Fischer schon sehe, ich schreibe schlag Und OWL vor Schnapp sie dir Ich gehe mal kurz Was habe ich eigentlich noch für eine Waffe Okay Das ist ja ein heftiger Angriff, ey Ich gehe mal kurz Ich gehe mal kurz Was geht denn da ab Was geht denn da ab Ich gehe mal kurz 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 Okay, ich gehe mal kurz Das ist ja auch für Scherbe. Boah, was für ein Chaos, ey. Ohne sind noch welche. Was für ein Chaos. Hallo, baby. Sie ziehen sich ins Gebäude zurück. Boah, geile Waffe. Ja, ha. Alter, was für eine Minigun. Oh, mein Gott, das ist ein Kuhlitzel. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Halt ja auf, jetzt sind wir wieder diese Helga-Dinger. Na, ich kann das Ding nicht steuern. Alter, was hier los ist? Wo ist er hin? Hier war doch eben einer drin. Wo kam das her? Komm raus. Na komm raus. Na komm her. Ah, ich kann hier keine Scheiße. Ich kann hier keine... Ich konnte hier keine Nahkampfgeschichte machen. Komm, ich geb dir Deckung. Shadow 1-8, hier spricht Pulsar. 1-8, hört! Bist du okay? Jawohl. Schön deine Stimme zu hören. Ich bin gerade rein, als die Explosion hochging. Warst du vor Ort? Direkt draußen. Mann, war das knapp. Wie ist die Lage? Der Hauptrechner ist hin. Sie haben die Kontrolle. Wir werden überall angegriffen. Ich brauche dich jetzt hier oben. Verstanden. Unterwegs. Wechsel auf Tech 1. Dann. Wenn er mich braucht. Ah, Shotgun! Oh, oh, oh! Ich brauche mal eine Munition holen. ok perfekt und die Klinik um die Klinik die Klinik durch alle keine Chance gegen ein Schädel Mascher Jungs Warum habt ihr das erst versucht? Lichtfeuer! Der gehört zu uns! Marshal, Sinclair ist draußen. Er erwartet Sie. Sir! Sir, Sinclair war nicht Ihnen, Frau. Ein Milligramm Epi. Puls checken. Er lebt. Ich fühle etwas. Etwa 40. Was macht ihr da? Dann intubieren. Eine 6,5er. Wie sieht's mit Hilfe aus? Wie lange braucht der Sanitäter? VSA HQ, Ende. Etwa 10 Minuten. Das schafft er niemals. Okay, machen wir weiter. Durchhalten, Hilfe ist unterwegs. Wie wär's denn, wenn wir veratmen zwischendurch? Wir brauchen sofort Sanitäter am Boden. Sie beläst mit mehreren Schusswunden. Brauchen so viel Null-Negativ wie möglich. Kein Puls. Starte Herzmassage. EFI laden. Ein Milligramm Epi. Ein Milligramm Epi. Puls checken. Er lebt. Ich fühle etwas. Etwa 40. Wo? Schwach. Dann intubieren. Eine 6,5er. Wie sieht's mit Hilfe aus? Wie lange braucht der Sanitäter? VSA HQ, Ende. Etwa 10 Minuten. Ich willi. Baba. Schützio. Ja. ich komme ja schon. Wie lange braucht der Sanitäter? VSA HQ Ende? Etwa 10 Minuten. Also ich hab voll den Back. Ich hab im... Hört ihr das auch noch? Immer noch diese Stimmen von diesen Reanimierenden da. Oh, hallo. Entschuldigung, ich hab mich grad erschrocken. Ich hab seit heute ne kleine Katze, 10 Wochen alt, die kam mir grade angeschlichen. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Oh, die ist voll Knoppels. Ich wusste immer, dass so etwas passieren wird. Ein Angriff! Auf unserem Boden! Wir müssen jetzt endlich handeln! Verstehst du? Ja, Sir! Alter Schwede, schaut euch mal die Zerstörung an. Sir! Die Übertragung läuft! Es wurde bestätigt, es ist die Black Hand! Heute ist der erste Tag eurer Buße! Vor 30 Jahren fiel unsere Heimat einer Welle mektanischer Gerechtigkeit zum Opfer! Ich glaub ich kenn schon meinen nächsten Auftrag. Wir sind die Black Hand! Wir sind die Black Hand! Wir stell dir den Feuer her an! Ich sagte ihnen! Das ist Krieg! Sie wollten Zeit schinden! Wir hätten sie überrollen sollen! Statt ihnen eine Chance zu geben! Es ist ihre Schuld! Es ist unsere neue Plastik! Es hat die Flip-Krise gesehen! Sodass wir erneut die Züge gebudgetet haben! Also wir werden überraschende Noten und Platzchule für den Luft hast. Was ist dein Werk? Das ist ein Reichsschule! Und wir werden wenn auch wir gewährleisten sind! Das ist ein Reichsschule! Ich habe jetzt mal drei Master-Transporter! Das ist ein Reichsschule! Das ist ein Reichsschule! Ja, ich würde mich 무서워서-Krise! 20 Minuten sind um. Wir müssen mal wieder eine Pause machen. Ich muss leider wirklich bei 20 Minuten einen Cuts machen, weil ich habe echt Probleme, die Videos hochzuladen. Vielleicht muss ich nächstes Mal auch auf 15 Minuten reduzieren. Aber vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Es war ja nun viel Action gerade zu sehen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ich denke, wir sehen uns wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Killzone Shadow Fall. Ich bin gerade so am feiern die Kleine. Schaut mal bei Facebook auf meine Facebook-Fan-Seite. Die ist oben verlinkt, da poste ich mal ein kleines Foto von ihr. Die ist hier voll am ausrasten. Die ist hier rumjumpen, meine ganze Kabellage am rumspielen. Ja, genau, süße. Also sie ist auch süß. Ja, egal. Also schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Killzone Shadow Fall. Bis dann, ciao.